Grüß Gott, Frau Peters! 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 Und wie heißt der Hund, Frau Peters? Ja, der heißt Chinka! 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 Chinka-Bälle! Was sind die doch gemacht, Frau Peters? Die hat ein bisschen Honig an die Klocke geschmiert. Sind die Klocke doch nicht, sag ich, Bab? No, 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 Frau Peters! Sind Sie die Klocke nie klingen? Ich habe mir Noten gekauft, von einem Weihnachtslied. Können Sie überhaupt Noten lesen, Frau Peters? No, no, Frau Peters! Aber da steht ja eh nichts drauf. Das ist ja sehr so glatt. Sie wollen stille Nacht. Haben Sie auch ein Lied für das Christkindl, Frau Peters? Ja, Frau Peters! Junge kommen bald wieder. Jedes Jahr der Weihnachtstanz. Wir schlugen keine Weihnachtstanz. Und schieben in die Ghost hinein. Ein Hefezöpfle soll es sein. Lustig, lustig! So bin er dahin. Es ist ein Haufen Unterdrücker.